Ein- und ausatmen. Schön ein- und ausatmen. Was ich dir jetzt sage, geht direkt in dein Unterbewusstsein. Es wird zu deiner Wahrheit, zu deiner Realität. Da, wo noch Ängste und Zweifel waren, herrscht jetzt Mut und Stärke. Entschlossenheit und eiserner Wille wird ab heute ein Teil von dir. Du hast bereits alles in dir, was du brauchst, um deine Ziele und Träume zu erreichen. Ab heute lässt du dich nicht mehr von den Umständen begrenzen. Ab heute, ja ab jetzt, nimmst du dein Leben in die Hand und machst daraus maximalen Erfolg. Erfolg in deinem Business, Erfolg mit deiner Beziehung, Erfolg mit deiner Gesundheit, Erfolg mit deiner Familie und deinen Freunden. Du sagst Nein zu Dingen, die dich nicht weiterbringen. Du löst dich von Dingen, Menschen, Situationen, die dich bremsen und nicht weiterbringen. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Ab heute, trifft dich.